Es ist ein Angebot und der Markt bestimmt den Preis. Deswegen kommen wir nämlich zu den wichtigen Punkten, profitable Deals finden. Und das ist nämlich das Wichtige, dass ihr bei den profitable Deals finden sagt, der Kaufpreis, was ist die aktuelle Miete, wenn sie vermietet ist? Und was könnte ich erzielen, wenn sie leer wäre? Und dann den Kaufpreis mit der Formel 20-fach anfange zu rechnen. Und dann, wenn der jetzt zum Beispiel in unserem Rechenbeispiel, haben wir ja gesagt, 240.000 wären das in etwa. Jetzt fordert der aber 300.000. Das machen ja aktuell, sehen wir nämlich immer Preise und das ist das, was gerade passiert. Nein, es lohnt sich nicht, die Preise sind zu teuer. Und dann frage ich, hast du denn mal gefragt, mit denen verhandelt? Ja, nein, aber da steht doch 300.000, das lohnt sich doch nicht. Findet den Fehler. Also, meine Schwester hat nach 30 Jahren Bruderschaft oder Geschwisterliebe, hat sie sich überreden lassen, eine Immobilie zu kaufen. Mittlerweile hat sie Blut geleckt, die war auch bei meinem Immobilienseminar und hat darüber erzählt. Und die hat jetzt sofort angefangen, ich glaube, die dritte, jetzt hat sie auch schon die vierte Immobilie im Zugang. Die hat losgelegt wie ein Fegefeuer. Die kam mit einer Immobilie und sagte, guck mal, Bruderherz, was hältst du von der Immobilie? Sag ich, sehr schön, zu teuer. Sag sie, ja, aber trotzdem, so kriege ich doch, ich habe ja Eigenkapital und es berechnet sich. Sag ich, liebes Schwesterherz, zu teuer. Also, die wollten irgendwie 300.000, habe ich gesagt, maximal 220.000. Sag sie, kann ich doch nicht machen, das ist doch unseriös. Sag ich, wer denn, von dem, der den Preis gefordert hat oder, dass ich sage, was der reelle Marktpreis ist. Und dann habe ich ihr das genau vorgerechnet, dass sie den Immobilienmakler das vorrechnet. Und dann sag sie, ich kann einfach nicht mehr zahlen. Das ist das Realistische, das ist die Miete, die ich erziele und so weiter. Sag sie, ich weiß nicht, Nermin, also ich habe da so ein komisches Gefühl. Und ich so, mach doch mal. Rief mich am nächsten Tag an und ich sagte, es gibt eine Kleinigkeit, die ihr noch bedenken müsst. Mein Angebot gilt nur für 48 Stunden. Erhöht so ein bisschen den Druck beim Verkäufer. Rief mich am nächsten Tag an und sagt sie, du wirst nicht glauben, die haben zugesagt. Die hat 60.000 Euro eingespart oder 70.000. In einer Verhandlung. Viel Geld. Was ist mit der, die Wohnung ist vermietet, die kassiert eine schöne Miete, hat richtig Spaß daran. Ihr müsst verhandeln. Der angebotene Preis ist nicht ausschlaggebend. Ich würde gerne, um das profitable Deals, möchte ich gerne mit euch wirklich eine Beispielrechnung machen. Weil das bleibt immer schön sitzen. Weil ich habe letztens, rief mich nämlich meine Kollegin an und sagte, Nermin, ich habe eine super Wohnung gefunden. Du hast auch immer gesagt, das 20-fache ist ausschlaggebend. Ich habe was gefunden, 17-fach. Da habe ich mir gedacht, 17-fach? Okay, zeig doch mal. Könnt ihr mal das Bild einblenden von der tollen Wohnung? Also eine tolle Wohnung in Köln-Höllenberg. Die war 57 Quadratmeter. Angebotener Preis, 249.000 Euro. In einer Lage, die ist okay. 57 Quadratmeter und hat eine Mieteinnahme, haltet euch fest, von 1100 Euro Kaltmieter. Da habe ich erst mal gedacht, boah. Habe ich gesagt, in der Lage? Habe ich gesagt, ich kenne ja ein bisschen Köln. Habe ich gesagt, okay, jetzt findet mal den Fehler gleich. Weil 1100 Euro kassiert die Wohnung an Miete. 57 Quadratmeter, zwei Zimmer. Jetzt kommen wir nämlich zu meiner Rechnung. 1100 Euro mal 12 sind nämlich diese 13, also mal 12 sind 13.200 Euro. Und dann sagte die ganz stolz, Nermin, wenn ich das ja mal 20 hochrechne, wäre ich bei 264.000 Euro. Und da ich den kenne, hat er gesagt, ich verkaufe sie dir nicht für 249.000 wie in einem Exposé, sondern für 225.000 Euro. Der Verkäufer hat im ersten Gespräch schon 10% nachgegeben, habe ich gesagt. Ich bin ja wirklich ein Kaufmann. Und wenn mir der Verkäufer schon mit 10% Preisnachlass kommt, denke ich mir, schön abgelenkt. Aber gehen wir doch mal ein bisschen tiefer rein. Da habe ich gesagt, Sophie, lass uns mal ein bisschen tiefer reingucken. Wie sieht denn die Wohnung von innen aus? Dann klicken wir mal eine Folie weiter. Boah, da habe ich gesagt, scheiße, die sieht ja wirklich gut aus. Sieht gut aus? 1100 Euro Kaltmiete, springt nochmal eins zurück. Eine Sache war dann noch so ein kleiner Haken. Die Nebenkosten waren 232 Euro. Für 57 Quadratmeter ist das relativ viel, wenn kein Aufzug drin ist. Heizungsart Fernwärme war also schon mal gut. Aber mich hatte einfach gestört, wenn eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Lage 1100 Euro bekommt, stimmt da irgendwas nicht. Wenn ihr jetzt zwei Folien weiterspringt, habe ich gesagt, jetzt machen wir es einfach. Es gibt den preisatlas.de. Dort könnt ihr relativ schnell rausfinden und ihr gebt die genaue Adresse ein. Und das habe ich dann sofort gemacht und habt ihr so viel gesagt, da stimmt was nicht. Rechts findet ihr die Rechnung mit dem Quadratmeterpreis. Und dann habe ich auch gesagt, dass hinter dem im Garten 20 Gleise verlaufen. Das Graue, das ihr da seht, das Blaue mit kleinen Punkt, das ist die Wohnung. Im Garten verlaufen 20 Gleise. Das ist erst mal eine Sache. Und der Quadratmeterpreis bei Preisatlas sagt, bis 3400 ist der Durchschnitt in dieser Gegend. Aha, 3400 Euro ist der Durchschnitt. Und in der Wohnqualität, das Haus ist nicht wirklich von außen sehr hübsch. 57 Quadratmeter mal 3000 ist eher wert in 180.000. Unter 180.000 habe ich gesagt, hm, erster Fehler. Aber viel wichtiger ist, nochmal bitte kurz einblenden, die Linke, der durchschnittliche Mietpreis in der Gegend liegt bei 11 Euro. Und dann habe ich mal gerechnet, 1100 geteilt durch 57. Ein bisschen Mathe, habe ich Excel dazu genommen, damit es einfacher wird. 19 Euro. Wie kriege ich 19 Euro? Habe ich gesagt, Sophie, ich würde mal gerne verstehen. Wie kriegt man auf zwei Euro? Das ist nicht Innenstadt. Da verlaufen 20 Gleise. Da fährt ein ICE, also nicht nur ein ICE, da fahren ja zig ICEs und Güterzüge. Wer zahlt denn da 20 Euro? Sagt sie, ja, ich gucke sie mir an. Kam wieder, sagt sie, ja, da sind zwei Flüchtlingsfamilien pro Zimmer immer eine Familie. Aha. Und dann habe ich gesagt, was ist denn, wenn die ausziehen? Was glaubst du denn, wie für Miete du kriegst? Ja, wahrscheinlich nicht so viel. Ja, das sind Leute, das ist, lernt Immobilien richtig einzusortieren. Und das ist das Ausschlaggebende. Ist es ein profitabler Deal? Nein, weil der Kaufpreis liegt weit, weit. Der tatsächliche Preis dieser Immobilie wäre in der Lage in etwa bei 180.000. Der hat die nur so hoch geschraubt, weil die aktuelle Miete, der hat dann einen guten Deal gemacht mit dem Arbeits- oder mit der Stadt, da zwei Familien reinzupacken, Flüchtlingsfamilien, kassiert pro Familie 550 Euro Kaltmiete. Da sage ich sogar als Immo-Investor, das mache ich nicht. Also pro Zimmer vier Leute, dann kann ich auch, dann mache ich lieber Wohnungen für Handwerker. Das ist sehr seriös und sehr lukrativ, aber das mache ich nicht. Weil wenn die ausziehen und weg sind morgen und die Stadt findet für die eine Unterkunft, dann sind die weg. Aber so werden Immobilien schön gerechnet. 225, also habe ich gesagt, was war mein Fazit? Sophie, du hast recht, 17-fach, das hört sich interessant an. Aber der Preis, 225, wirst du erst mal zehn Jahre brauchen, bis die da hinkommt, weil der die aktuell schön vermietet hat. Der hat die wunderschön fotografiert, wie die Wohnung natürlich, wenn acht Leute da drin wohnen, wie die aussieht, will ich euch nicht sagen. Als sie dann vor Ort war, hat sich das Ganze erledigt. Und deswegen, Deals entwickeln, das ist dieses zweite Thema, wie entwickle ich Deals, also profitable Deals, ist, ich muss dieses Spiel beherrschen. Wenn ich eine Immobilie finde, die Lage gut ist, erstens den Kaufpreis verhandeln. Zweitens, was ist ein Potenzial für die nächsten Jahre da, dass ich mit den Mieten mache? Wo komme ich hin? Kann ich ein mobiertes Wohnen für Handwerker machen? Komme ich aber gleich zu, wie ich die Mieten optimiere und so weiter. Aber welche und welche Kosten erwarten mich? Zum Beispiel für die, das liebste Thema ist ja im Moment, wenn Leute dann nicht Immobilien kaufen. Ja, was ist denn mit den ganzen Sachen jetzt mit Umbau, Fernwärme, Heizung und so weiter. Beachtet das, es gibt Experten, die können euch relativ schnell sagen, was an Kosten auf euch zukommen. Dann könnt ihr relativ schnell berechnen, lohnt sich oder lohnt sich nicht. Aber viel wichtiger ist, wenn ihr anfangt, euch mit Immobilien beschäftigen, werdet ihr ein Momentum aufbauen. Und es wird nicht bei der ersten Besichtigung vielleicht klappen. Ihr werdet 100 Immobilien besichtigen, für 10 werdet ihr verhandeln und eine werdet ihr kaufen. Aber das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Die Anzahl der Wiederholungen, die ihr bereit seid zu gehen, ist ausschlaggebend, ob ihr zum Erfolg kommt.